ARD Text im Auftrag von Funk Ah, hello! Hi! Petrogan ist besser! Hi! Hey! Ein Auftritt! Wie kannst du heute? Hast du mal so Leichtathletik? Gymnastik! Genau! Gymnastik! Und jetzt bin ich hier! Aber schon immer? Seit ich klein bin, ja! Ich bin auch oft an Wegkämpfen. Und da habe ich auch schon mal ganz stolz einen zweiten Platz hinbekommen. Sehr gut! Tatjana, erzähl uns, du willst Superstar werden. Ja, natürlich. Und du schaffst das auch, glaubst du? Ich habe die Sendung seit ich klein bin immer mitverfolgt. Und ich habe meiner Mama gesagt, irgendwann sitzt du zu Hause und ich bin hier. Und jetzt ist es so, du hast es manifestiert. Ja, ja. Nee, ich bin echt froh hier zu sein. Hast du irgendwie eine Gesangsausbildung, ein Instrument irgendwie? Wie hast du dich darauf vorbereitet, hier gut zu sein? Ich singe seit ich klein bin. Schon auf kleinen Festen in der Schweiz. Und dann habe ich gedacht, wie ich das hier mal... Ja, was singst du für uns? All I Want von Olivia Rodrigo. Okay. Ja, super. 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 Tatjana, ich finde dich super süß, super Ausstrahlung, super Frau und ich finde auch Danos Stimme sehr schön. Ich möchte dich gern wieder singen. Dankeschön. Mir ist ein bisschen bei dem Song so, weißt du, wenn man die ganze Zeit in der Kopfstimme da rumjudelt, ja, das hat mich ein bisschen abgenervt. Aber für dein Alter kommst du mir sehr, sehr sensibel und in den Gefühlen sehr sicher rüber, wie du das transportierst. Von mir kriegst du ein Jahr. Du bringst das super gut rüber, die Emotionen bringst du rüber, du bist so wie so eine kleine Schauspielerin. Richtig, richtig gut. Danke, du brauchst mich sehr viel. Dankeschön. Es war so schön. Ich mag ja diese Stimmen, wenn es so emotional wird und du so ein bisschen die Trauer in der Stimme hörst, so kurz vorm Weinen irgendwie. Und bei den leisen Tönen, das war so, ich liebe das einfach. Mir gefällt es unglaublich und für mich passt du hier sehr, sehr gut rein und deswegen kriegst du ein Jahr von mir. Danke. Eine Runde weiter, würde ich sagen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Tatjana. Danke euch. Ehm, euch einen ganz schönen Tag noch. Ebenso. Wäre schön, dass du da warst. Ich freue mich, tschau zusammen. Tschau. Guck mal, was ich hier habe. Jetzt brauche ich einen Drink. Hahaha. Ha 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 ha! Untertitelung des ZDF, 2020